Hallo Leute, heute magnetischer Fluss. Wie setzt sich dieser magnetische Fluss zusammen? Also dieser soll ja so ausschehen, hier ist der magnetische Fluss. Hier, ich mache immer eine Analogie, der elektrische Fluss, der wird ja hier mit diesem Psi, ich schnau es mal hin, Psi und das hier ist Phi. Die beiden von der Aussprache her nicht verwechseln, passiert ganz leicht, passiert mir auch öfters wieder, dass das ein Phi wird, deswegen immer hier aufpassen. Wie schon gesagt, wie ist das jetzt definiert? Dieses Psi ist hier definiert als D mal A, A ist hier die Fläche, die durchflossen wird von der elektrischen Felddichte. D ist ja die elektrische Felddichte, Felddichte mal Fläche ergibt mir hier meinen elektrischen Fluss. Wie ist es hier? Ja, ist sehr analog das Zeug, und zwar hier habe ich nicht die elektrische Felddichte, sondern hier habe ich die magnetische Felddichte. und die ist ja B, und rechts rechne ich noch B mal hier die Fläche und dann habe ich hier meinen elektrischen Fluss. Ja, so einfach ist das, mehr ist es nicht. Eine Besonderheit noch, die Einheit von diesem Phi ist hier 1 durch, da brauche ich keinen 1 Volt Sekunde, und das ist auch ein WB, und das steht für Weber. Ja, das gibt es der magnetische Fluss. Gut, so, ja, das war es auch schon wieder. Von meiner Seite war ein kurzes Video, und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert meinen Channel, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in, wie immer, 5 Minuten.